Freunde, heute gibt es gleich den nächsten Quick-Tipp zum Thema Trainingsmethoden. So, jetzt haben wir die Chinesätze. Und die Chinesätze versteht man folgendes, ok? Also, ihr macht zum Beispiel Kreuzheben. Eure Zehnwiederholungen. Kurz ablegen, Gewicht etwas leichter. Vorgeborenes Rudern im Obergriff. Zehnwiederholungen. Gewicht ablegen, etwas leichter. Vorgeborenes Rudern im Untergriff. Wiederablegen, Gewicht etwas leichter und treu zehnt mit fast gestreckten Beinen. Das wäre ein Chinesatz. Durch diesen Chinesatz schafft ihr es, in einem wesentlich größeren Reizzeiten zu landen. Das heißt, ihr habt nur minimale Pausen und das sorgt dafür, dass ihr euren Muskel bis zu 2 Minuten, bis zu zweieinhalb Minuten belastet. Je nachdem, welchen Wiederholungszahlen nutzt. Klase Trainingsmethode, hohe Trainingssynthesität und eignet sich perfekt in der Fettreduktion, Freunde. Quick Tipp! Klase Trainingsmethode Klase Trainingsmethode